Vielen Dank, Pastor Maxwell, dass wir hier in der Living Hope Gemeinde sein dürfen. Wir sind so geehrt, als Watoto immer wieder herkommen zu dürfen. Und danke euch allen, dass ihr hierher gekommen seid. Ihr dürft euch selbst applaudieren. Weißt du, unser Gott ist ein guter Gott. Und in seiner Güte hat er jeden Einzelnen von uns so geschaffen, wie er. Du und ich sind einzigartig. Jeder Einzelne von uns ist ein lebendiges, wandelndes, atmendes Wunder. Wir sind alle ein Zeichen von Gottes Liebe. Und des Wunders seiner Schöpfung. Aber Freunde, ihr seht auch, in das Licht dieser Schönheit des Lebens kommt auch Dunkelheit. Und diese Dunkelheit bringt auch Schmerzen und Verzweiflung. Also diese Dunkelheit kommt aus der Sünde. Und die Bibel sagt uns, jeder von uns hat gesündigt. Die Dunkelheit kann aber auch aus Umständen kommen. Und jeder von uns hatte irgendwelche Umstände, die uns Schmerzen bereitet haben. Aber hier ist die gute Nachricht. Gott hat uns so sehr geliebt. So sehr, dass er seinen perfekten Sohn, Jesus Christus, geschickt hat, um am Kreuz für uns zu sterben. Und Jesus ist gestorben an deiner Stelle und an meiner Stelle als unsere Bezahlung. Freunde, Jesus hat den Stachel der Sünde überwunden. Und der selbe Jesus hat uns versprochen, in jeder Situation und in jedem Umstand mit uns zu sein. Er hat uns versprochen, uns hindurch zu tragen. Also ich weiß nicht, wo du gerade hindurchgehst. Aber wir sind hier, um dir die Zuversicht zu geben, dass Jesus dich liebt. Dreh dich zu deinem Nachbarn und sag ihm, Gott liebt dich. Dreh dich zur nächsten Person und sag ihm, Gott liebt dich. Freunde, Gott hat einen wunderbaren Plan und einen Grund für dein Leben. Und einen schönen Plan für dein Leben. Er möchte, dass du ein volles und ein zufriedenes Leben lebst. Es ist egal, wer du bist. Woher du kommst. Was in deinem Leben, in deiner Vergangenheit passiert ist. Oder was du gerade durchmachst. Dieser Gott von Zeichen und Wundern möchte alles neu machen. Dieser Gott von Zeichen und Wundern möchte alles neu machen. Vielleicht bist du hierher gekommen, um einfach ein Kinderkonzert zu hören. Und jedoch kannst du durch eine sehr schwierige Zeit, aber keiner versteht dich. Mein Freund Jesus versteht dich. Du bist vielleicht hier und fühlst dich verloren. Vielleicht gehst du gerade durch die Dunkelheit. Und du suchst nach dem Licht. Jesus ist das Licht. Du musst diesen Platz nicht genauso wieder verlassen. Sag einfach Jesus. Ich möchte nicht zurückgehen in die Dinge, wie sie so waren, wie sie waren. Und er wird dich verändern. Alles, was du tun musst, ist dein Vertrauen und dein Glauben auf Jesus zu setzen. Und wenn ich gerade über dich spreche. Diese Kinder würde dich gerne in ein Gebet führen. Lass uns unseren Kopf beugen. Ich möchte der Person hier die Möglichkeit geben, Jesus als seinen Erretter anzunehmen. Wo auch immer du gerade bist, wenn ich dich meine, erhebe deine Hand und bete mit mir. Es ist die beste Entscheidung, die du jemals treffen könntest. Und diese Entscheidung ist zwischen dir und Gott. Wenn du da mit gemeint bist, dann erhebe einfach deine Hand und bete mit mir. Vielen Dank. Gott sieht diese Hände. In fact, why don't we all repeat this prayer together after Vicky? Lass uns gemeinsam mit Vicky beten. Lass uns beten. Vater Gott. I believe that you can make me new again. I want to be a part of your family. Und ich möchte ein Teil deiner Familie sein. Ich möchte dein Kind sein. Danke, dass du Jesus geschickt hast, um für meine Sünden zu sterben. Und ich gebe dir mein ganzes Leben. In Jesus' Name. In Jesu Namen. Amen. 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 If you say that prayer from the bottom of your heart, wenn du dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet hast, welcome to the family of God. Herzlich willkommen in die Familie Gottes. Yeah. And I tell you, the angels in heaven are rejoicing over you right now. Und ich sage dir, die Engel im Himmel feiern gerade. And Pastor Max and the rest of the team would love to connect with you, to encourage you and congratulate you on your decision. Und Pastor Max und die ganze Gemeinde möchte dich kennenlernen und dich dabei unterstützen. One more time, let's celebrate our friends who say the prayer. Lass uns noch einmal die Leute feiern, die dieses Gebet zum ersten Mal gebetet haben.